Wer ich bin? Ich bin Stefan Kramberg, freier Redner für Trauung und Veranstaltung jeglicher Art. Ihr fragt euch sicher, wie man zu dem Beruf kommt? Das kann ich euch ganz einfach sagen, nämlich wie die liebe Maria zum Kind. Nein, Spaß beiseite. Durch eine Freundin kam ich an den Job. Sie meinte damals, weil ich doch so gerne Quatsch und verrückt genug sei, wäre ich predestiniert, den Redner für ihre freie Trauung zu sein. Nun ja, mit dem verrückt sein hat sie vielleicht recht. Schließlich sehe ich nicht gerade aus wie ein Pfarrer und der Whisky, mit dem ich und meine Paare am Schluss anstoßen, ist nicht wirklich heilig. Aber quatschen? Doch, sie hat recht. Das habe ich schon immer gern gemacht. In meiner Schulzeit bekam ich schließlich meine eigene Zeit eingeräumt, um Witze zu erzählen. Was ihr von mir bekommt, ihr bekommt Leidenschaft. Ich freue mich darauf, eure Liebesgeschichte sichtbar zu machen. Ich will, dass ihr am Schluss ein Lachen im Gesicht habt. Ich will für das Staubkorn im Auge des Mannes sorgen. Ich schenke euch meine Worte für euren Moment. Ihr sollt euch für immer an den einzigartigen Tag zurückerinnern. Und es ist mir eine Ehre, wenn ihr mit einem Lächeln daran zurückdenkt.